Moin liebe Freunde, heute habe ich mal wieder ein Tutorial für euch, ein kleines. Und zwar geht es um das sogenannte Fokus Stacking. Fokus Stacking ist kurz gesagt die Kombination aus zwei oder noch mehr Bildern, die unterschiedliche Fokuspunkte haben, quasi von Vordergrund bis zum Hintergrund, so dass man ein, sagen wir mal, Landschaftsbild von vorne bis hinten durchgehend scharf darstellen kann. Ich habe hier mal zwei Beispielbilder. Das hier habe ich den Fokus vorne auf diesem Holzscheit. Und wie man sieht, im Hintergrund die Seebrücke, das ist übrigens in Kellenhusen an der Ostsee, die Seebrücke ist unscharf. Während das beim anderen Bild genau andersrum ist, das Holz ist unscharf und die Seebrücke ist scharf. Das Ganze kann man jetzt in Photoshop auf zweierlei Arten kombinieren. Einmal automatisch und einmal manuell. Und wie beides funktioniert, werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Als erstes, ich habe jetzt hier zwei, einfach nur diese beiden Beispielbilder, die werden jetzt erstmal an Photoshop übergeben. Und zwar hier bearbeiten in Photoshop als Ebenen öffnen. So, das dauert jetzt mal ein kleines bisschen. Mein Rechner ist nicht der schnellste. So, jetzt haben wir beide Bilder da und dann können wir loslegen. Fangen wir mit der automatischen Funktion an. So, jetzt habe ich hier beide Bilder in Photoshop geöffnet. Und möchte euch, bevor wir automatisch hier los, also mit dem automatischen Verfahren loslegen, möchte ich euch nochmal ganz kurz zeigen, einen unerwünschten Nebeneffekt von unseren Linsen. Und zwar das sogenannte Atmen. Ich denke mal, das wird in unserer Preisklasse, in der wir uns bewegen, wo wir uns Linsen für 1.000 Euro oder vielleicht auch 2.000 Euro kaufen, durchaus oft mal vorkommen. Ich denke, im Cine-Bereich, wo Linsen für 30.000 Euro oder so verkauft werden, ist es anders. Aber wenn ich jetzt umfokussiere mit dieser Linse, verschiebt sich da die Perspektive relativ stark. Ich blende jetzt einfach mal aus, die oberste Ebene, und dann seht ihr, wie stark sich doch die Perspektive ändert. Als wenn ich die Brennweite geändert hätte oder sogar leicht die Kamera verrückt hätte. Das habe ich aber nicht. Das ist jetzt etwas, wo wir gegen anarbeiten müssen. Und zwar das sogenannte Ausrichten. Ich möchte es aber jetzt beim ersten Schritt absichtlich mal nicht machen, damit ihr seht, wie wichtig dieser Schritt auch überhaupt ist. Als erstes beide Ebenen markieren und dann im Menü bearbeiten. Ebenen automatisch überblenden. Damit machen wir gleich das Fokus-Stacking. Wir möchten einen Bilderstapel erstellen. Und okay, Photoshop rechnet ganz kurz. Zack. Man hat gesehen, es hat sich eindeutig was getan. Jetzt zoomen wir mal hier mal ein bisschen rein. Hier vorne ist es schön scharf. Hinten auf der Seebrücke auch. Aber hier ist irgendwas dermaßen schief gelaufen. Und nicht nur da, sondern hier auch auf den die Muschel hier. Da ist noch eine Muschel. Die gibt es einige Sachen, die hier scheinbar doppelt da sind. Das ist eben der Fehler, warum wir vorher ausrichten müssen. Und das zeige ich euch jetzt in einem neuen Versuch. So, dann gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Einfach mal wieder auf Ebene löschen hier. Das ist eigentlich quasi der Startpunkt, wo wie die Bilder angekommen sind. Und jetzt wieder beide Bilder auswählen. Diesmal gehen wir vorher auf Ebenen automatisch ausrichten. Hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Aber für unseren Zweck reicht das automatische vollkommen aus. Bis jetzt habe ich nie Probleme damit gehabt. Also okay. So. Jetzt sieht man Photoshop hat die Bilder übereinander gelegt und perspektivisch angepasst. Jetzt hat man hier natürlich so einen quasi Milchglasrahmen. Dadurch, dass die eine Ebene doch etwas kleiner geworden ist. Das müsste man nachher noch etwas beschneiden. So. Jetzt können wir wieder ins Menü bearbeiten gehen und wieder auf Ebenen automatisch überblenden. Wieder auf Bilder stapeln. Okay. und da haben wir es schon. Schärfe hier vorne auf dem Holzscheit. Auch auf der Seebrücke. und keine doppelten Muscheln, keine doppelten Steine. Das Einzige, das wir jetzt haben, ist halt dieser Rand hier unten. Dieser milchige Rand. Der geht natürlich jetzt in diesem Fall einmal ums ganze Bild rum. Oben im Himmel sieht man ihn vielleicht jetzt gar nicht. Doch da oben war eben was zu sehen. Das kann man jetzt einfach mit dem Kopierstempel noch ein bisschen korrigieren und dann ist das Ganze auch erledigt. Das spare ich mir jetzt einfach mal und zeige euch im nächsten Schritt wie man es noch manuell machen kann. Da kann man auch wenn man jetzt mit diesem Zuschnitt vorher schon sehr zufrieden war und möchte nicht im Nachhinein das Bild noch beschneiden oder so oder man könnte zum Beispiel auch mit dem Kopierstempel wenn man damit nicht so gut umgehen kann dann kann man das auch ohne Ausrichten hinbekommen. In diesem Fall geht es eigentlich relativ gut. Ich denke mal es könnte aber bei anderen Motiven Probleme geben. Aber wie es funktioniert zeige ich euch trotzdem einfach mal. Dazu gehen wir wieder ein paar Schritte zurück. So wieder auf Anfang und jetzt machen wir das Ganze einfach mit einer Ebenenmaske. Das geht eigentlich wunderbar finde ich. Jetzt kann man sich hier quasi durch die Gegend pinseln. Hier auf diesem Strandmotiv fällt es überhaupt nicht auf ob nur der Holzscheit nur ein paar Zentimeter weiter nach hinten rückt oder so deswegen finde ich diese Methode hier auch gar nicht weiter schlimm. Das einzige wo man doch echt aufpassen muss es kann wirklich mal passieren dass man wirklich mal eine Ecke übersieht oder so das ist mir damals bei diesem Bild auch passiert da habe ich das Bild hochgeladen und hatte hier vorne in diesem Bereich irgendwie doch vergessen etwas zu maskieren wurde aber Gott sei Dank noch mal drauf hingewiesen so hier muss man jetzt natürlich ein bisschen gucken wo legen wir denn die Schärfe nun genau hin und man muss wirklich gut dabei aufpassen dass man keine Geister entstehen lässt also Steine oder Muscheln mit doppelten Konturen aber ich würde mal sagen so kann man das Ganze jetzt eigentlich doch lassen und dann haben wir ein Fokus Stacking gemacht ohne Ausrichten manuell es wird sicherlich wirklich nicht bei jedem Motiv funktionieren deswegen würde ich lieber die automatische Funktion nehmen aber hier ist es eben so wenn man sich an diese eine Perspektive jetzt gewöhnt hat und möchte es nicht weiter beschneiden kann kann man so probieren wenn es nicht hinhaut dann ist es leider so aber so ist es halt ne ich 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 ein ein Einblick in das Fokus Stacking bringen es macht durchaus mal Sinn es anzuwenden einfach mal wenn man gerade einen nahen Vordergrund hat doch auch mal den Fokus auf den Vordergrund und mit denselben Einstellungen auch auf den Hintergrund fokussieren und dann kann man zu hause in Photoshop kurz was basteln kommt was Gutes bei raus so das war's von mir ich hoffe es hat euch gefallen würde mich freuen wenn ihr dem Bild doch mal einen Daumen oder dem Video einen Daumen hoch da lasst ich sag immer wieder Bild ich komme vom Fotografieren ich mache so wenig Video naja also Daumen hoch würde mich freuen ein Abo freut mich genauso und ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder bis dahin tschüss tschüss